Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs anerkennen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Anerkennt, anerkannte, hat anerkannt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich anerkenne. Du anerkennst. Er anerkennt. Wir anerkennen. Ihr anerkennt. Sie anerkennen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich anerkannte. Du anerkanntest. Er anerkannte. Wir anerkannten. Ihr anerkanntet. Sie anerkannten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe anerkannt. Du hast anerkannt. Er hat anerkannt. Wir haben anerkannt. Ihr habt anerkannt. Sie haben anerkannt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich anerkenne. Du anerkennest. Er anerkenne. Er anerkenne. Wir anerkennen. Ihr anerkennet. Sie anerkennen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich anerkennte. Du anerkenntest. Er anerkennte. Wir anerkennten. Ihr anerkenntet. Sie anerkennten. Den Schluss macht der Imperativ. Anerkenne du. Anerkennen wir. Anerkennt ihr. Anerkennen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb anerkennen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.